Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir weiter, wie ihr sehen könnt, einen Runde Ramos Flipper. Und heute kaufen wir uns das Sommerhaus. Hat zwei Etagen für Räume, 78 Quadratmeter, beziehungsweise aufgerundet 79. Und ja, ein modernes Sommerhaus mit großartigem Seeblick. Der perfekte Ort, um zu entspannen und die Natur zu genießen. Sauber und geeignet für die Vermietung. Das heißt, wir gucken doch mal, wir kaufen rein. So. Warum da jetzt Vermietung steht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich weiß nämlich nicht, wie man hier was vermieten kann. Also ich glaube, das gibt es nicht. Das ist einfach nur so gesagt. Man kann es ja natürlich auch verkaufen, was ich natürlich machen werde. So. Gehen wir nochmal hier rein. Da sehe ich doch schon Schmutz. So. Hier ist es noch an einigen Stellen dreckig. Ja. So. Zack. Wir können das ja eigentlich alles so eingerichtet lassen, weil ich verkaufe das ja praktisch wieder. Okay. Was zur Hölle, hier ist ein riesen Baum drin, Alter. Also, das ist ja auch ein Baum aus Sicht, du lieb. Hier ist noch irgendwas da. Hier ist noch irgendwas. Ach jo. Okay. Hier ist jetzt nichts mehr. Da ist noch was gewesen. So. Und hier ist auch noch irgendwie was. Hä? Irgendwas ist doch noch hier. Ah. So. Ach nee. Oh Mann. So. Ja, ich konnte gerade irgendwas öffnen. Egal. So, wir gehen jetzt hier mal. Mal diese blöden Flaschen hier. So. Äh. Hier ist noch dreckig. Aber es ist schon ein schönes Haus, ne? Muss man mal wirklich so sagen. So. Wir sind jetzt hier noch dreckig. Da. Hä? Ah, jetzt. Wie ist denn, ja. Da ist noch was. Und hier ist auch noch irgendwie irgendwas. Mal zu. So. Warte, hier ist... Irgendwas ist hier auch noch, oder? Ah, das ist im anderen Raum. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hier ist auch noch irgendwas. Das. Da oben ist nichts. Das. Okay. Irgendwas ist hier noch. Ach, hier. So. Hier hinten ist auch noch irgendwas. Ich glaube, ich habe jetzt sogar schon alles fertig. Außer diesen Raum hier. Ach, du heilige. Okay, irgendwas ist hier noch. Ich tippe hier einfach alles an. Ah, so. Schade, ich kann hier nicht pennen. Das ist ein bisschen blöd. Was war das? Falls nichts. Okay, so. Jetzt haben wir hier eigentlich alles schon fertig, ne? Im Prinzip schon. Seit wann fliegt denn hier was? Ich würde aber sagen, wir machen einfach nochmal hier irgendwas anderes. Wir ordnen jetzt hier einfach nochmal alles. Weil sonst geht das Video zu kurz. Tatsächlich. Das ist ein bisschen blöd, wenn das zu kurz geht. Weil ich muss natürlich auch irgendwie auf die Minutenanzahl kommen, die ich sonst auch immer mache. Weil sonst ist das ein bisschen blöd. Und das wollen wir ja nicht. Okay, da bin ich wieder. So. Was ist das hier eigentlich? Ist das ein Mini-PC oder was? Keine Ahnung. Boah, was waren hier Springse... Warum ist hier ein Springseil drin? Boah, und warum ist das hier? Ich habe schon wieder eine Nachricht gekriegt. Man kriegt das hier sonst nicht hoch, deswegen muss ich hier ein bisschen springen. So. Passt. Gucken wir zwar ein bisschen raus, aber egal. So. Okay, sonst ist hier eigentlich alles... Oha, kann ich das benutzen? Sonst ist hier eigentlich alles richtig. So, wir machen mal noch die Controller gerade. Und stellen die Stelle nochmal hier in die Küche. Oha, ich glaube, das wird hier nichts mehr. So. Zack. So. Passt doch. Ja gut, das ist glaube ich zu groß. Dann stelle ich hier einfach neben so. Oder was ist das? Egal. So, noch ein Löffel. Was mir gerade die Frage ist, kann man den hier reinmachen? Tatsächlich. Ach egal, jetzt hängt der halt dort. Egal, Leute. Dann bleibt da jetzt so. Hallo, dreht das gerade. Danke. Aber hier gibt es doch irgendwie noch eine Etage, haben die gesagt. Oder ist das schon die erste? Wir gucken mal kurz. Naja, hier gibt es nichts mehr, ne? Nö. Es ist tatsächlich... Äh, den ganzen Ziel. Kann ich hier raus? Nö. Bin hier einfach gefangen. Oha, hier sind Fahrräder. Moin. So. Den nehmen wir jetzt mit. Ich trage die jetzt hier hoch, Alter. So. Leute, dieses Video hier ist ein bisschen, äh... Wie sagt man, jetzt hier nicht nach... Es ist eigentlich gefühlt wirklich nur so vorgestreckt, also ein bisschen, dass ich hier auf die Minutenanzahl komme, weil das Video sonst zu kurz sein würde. Und jetzt ein neues Haus zu kaufen, ist auch nicht geil, weil dann wird das Video zu lange gehen. Und deswegen machen wir sowas. Und er hält... Wenigstens ist das hier ein Licht. Oha. Seit wann gibt es hier eine Klingel im Spiel? Na, wir machen mal hier das Licht an, ne? Naja, der Sound klingt ein bisschen als... Würde ich irgendwas anderes öffnen. Okay. Moin, Staubi. Du heißt jetzt Staubi. Fuck, ich stehe da hin. Hier. Keine Ahnung, warum der... Äh, hier in der Ecke steht. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch mit dem Video. Wenn ihr euch gefallen habt, lasst gerne liken, Abo und Kommentar da. Und ich muss noch das Haus verkaufen. Der ist mir gerade eingefallen. So, zur Option gehen. Wir haben im Prinzip eigentlich nur 60.000 ausgegeben. Ha, wir würden jetzt schon 2.000 Gewinn machen. Jetzt 3.000. Komm, 4.000 schaffen wir doch noch. 5.000. Verhandeln. So. Komm, bitte. Ja. Es geht. Okay. Angebot annehmen. Wir haben jetzt 8.500 Gewinn gemacht. Das schmeckt. So, einfach mal so 8.000 Gewinn, ohne irgendwas zu machen. Das ist geil. So, jetzt verkauf. Äh, jetzt laden wir schneller, bitte. Because ich habe nicht so viel Zeit. Ah, jetzt geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020